Der ist nach Berlin. Wer? Der Coole? Welcher ist denn der Coole? Keine Ahnung, der Coole halt. Ich weiß nicht, wen du meinst, die sind beide cool. Sind die? Ja, kann sein. Okay. Welcher ist denn deiner Marjonat der Coole? Der Fresche. Welcher ist denn der Fresche? Welcher ist denn deiner Marjonat der Coole? Der mit dem Eispack. Du Kek. Keks. Ja, Kekse sind lecker. Da muss ich zustimmen. Nicht alle, aber viele. Doch, alle. Nee, denk nochmal nach. Ja, okay, du hast recht, nicht alle. Ich hab's dir ja gesagt. Hast du? Hab ich. Glaub ich eher weniger. Dann solltest du es mal glauben. Aber ich glaube an Gott, der mich aus der Tiefe holt, damit ich lebe. Halleluja. Was? Sorry, ich hab von diesen Drecks hier immer einen Ohrwurm. Immer? Nee, aber oft. Das ist kritisch. Ja, das ist kritisch. Da machst du nix. Nee, da machst du nix. Ehre sei Gott auf der Erde. Ehre. Sag ich doch. Nein, mit Ä. Hä? Nee, ohne H. Ehre ohne H? Nee, Ehre mit Ä. Und Hä ohne H? Ja. Und das anstatt dem E. Okay, ich glaube, ich weiß was du meinst. Du glaubst aber ziemlich viel. Ja, ich bin Christ. Ach so, ja dann. Wie ja dann. Dann ist ja gut. Aha, okay. Ja, wenn ich das sagen muss, ist das ja stimmen. Was soll ich anstimmen? Den Song? Nein, pscht, nee, nee. Ach so. Lach so. Hahaha. Sehr gut. Schönen Tag noch. Danke gleichfalls.